da fehl da würden aber noch tatsächlich elf punkte geschick fehlen was zur hölle ja das war es auch schon wieder man muss sich nicht immer rechtfertigen ich okay storm son ist bei den klerikern untergekommen und wenn er sich in xarkor verkrochen hätte mein arm reicht weit ich hoffe du hast ihn das wissen lassen nein ich bin nicht eine marionette ich habe dich schon einmal gewarnt mich nicht zu enttäuschen weiter ein uneinsichtiges verhalten wird konsequenzen nach sich ziehen ragnar wird davon erfahren aus den augen ganz selber auf den weg machen du pfeife so ne tötungskommando von unschuldigen du hast aber nen socken schuss alter also der hatte mich beauftragt den äh typen zu töten da hab ich gesagt nö will ich nicht er hat nur andere ansichten gehabt und dafür sollte er sterben also das ist echt lächerlich das ist echt lächerlich so Rüstung plus 10 Okay, interessant Machen wir mal zwei Okay Haben wir auf jeden Fall wieder Nahrungsmittel Ach, heuleise Mann, du gehst mir um den Sender Furchtbar mit denen, ey So Assfleisch Pack mal auf die 7 Passt dann zumindest schon mal wieder Jetzt können wir da unten noch total das antike Schwert abgeben Bei dem, äh So kann das wirklich nicht enden Er liegt den ganzen Tag im Dreck herum Das kann doch so nicht weitergehen, oder? Das riecht nach Ärger Ja, ich glaube ich brauche gerade erst mal eine kleine Schlafrunde hier Wir holen uns einfach mal das Bett hier Nö Keiner da Ja, definitiv Definitiv Ja, also Ah, da ist er doch schon Wer treibt sich denn nicht hier, Roma? Ja Ist das hier das Schwert, das du suchst? Schwer zu sagen Aber vom Alter kommt es hin Ich denke, du hast dir das richtige Stück gegriffen Würde zu gern Ragnars blödes Gesicht sehen Wenn ihm auffällt, dass ihm sein bestes Stück fehlt Also, sein Schwert Nicht dein Du weißt schon, was ich meine Und die Bezahlung Hier Das reicht, schätze ich Bring mir etwas bei Wie du willst Tausend Splitter Nice So Goldschmied Hacking Nee Bergbau Nee Goldschmied Nö, das müsste ich hier eigentlich Da brauche ich 45 Intelligenz Ja, GG Nö Äh, hey, bleibst du mal hier? Hallo? Bleib stehen, du futz Wer treibt sich denn hier, Roma? Ich will handeln Sicher doch Da blieben und so Glaub's ja wohl Reines Elex Ja, nice Ja, nice Perfekt Sehr schön, sehr schön Da kann ich hier Schwertleicht verbessern Wie geil ist das denn? Bring mir etwas bei Natürlich Ja, da muss ich überall Intelligenz hochputschen Sonst komm ich da nicht weiter Da sogar Gerissenheit und vier Punkte sogar tatsächlich Falscher Warte mal Immer dieser Technik Halt die Fresse Ah, Mist Okay, den müsste ich auf 30 bringen Dann würde das gehen Okay Ach, ich wollte ja noch einkaufen bei hier ne Da war ja was Gut, sieh dich nur um Ja, wie gesagt, jede Fraktion hat da echt ihren Dach schauen Eindeutig Kann man hier noch was sagen Da, einfache Holzpfeile Dankeschön Das war's doch schon Immer dieser Technik-Kram Ach, halt doch die Klappe, Mann, ey Heult doch jemand andern die Ohren voll Furchtbar, ey Haben wir mal überall die Teleporter rumstehen, ne Aber Beschwerden sich über Technik-Kram Unglaublich So Das wollte ich verbessern, meine ich Da geblieben Ja Und Sockeln tun wir das ganze Ding auch direkt Ah, warte mal Was ist hiermit? Das könnte ich Theorie aufsockeln Ach, guck an So, warte mal Kettenschwert Entsockeln Warte mal, wie Ah, Y entfernen Okay Schlangenbiss Reflexionsaxt Okay Ähm Badum, badum, badum 22 Da, roten Stein kann man verbessern Großer roter Stein Waffe Hä Moment mal Hat er nicht eben noch einen Blitz irgendwie da? Loll Hat die Blitzstärke verloren Echt jetzt? Wow Durch das Aufwerten hat es jetzt das Blitz ver- Echt jetzt? Wow Okay, das ist krass Na gut Wow Mist Das dauert doof jetzt Schade Na gut Kann man nichts machen So ist das Leben Okay Mit dem kann ich nichts mehr Und irgendwo hier in dem Gebiet Bei den Besackern muss auch noch so'n So'n Sprachdingens sein So'ne Aufzeichnung Sprachaufzeichnung sein So, warte mal Das ist natürlich jetzt doof Also ich hatte eigentlich gehofft, dass das Blitz Das Blitz dabei drauf bleibt Das ist jetzt echt ärgerlich Schade Der Ort hier ist ein wenig Besorgniserregend Ach was Ups So, hier hat man auch noch eine Maschine, ne? Oh, wie war dat? Mal gucken, ob wir den jetzt klein kriegen Und weiter Den scheiß Roboter da unten Hä? Ah, da Okay Probier was Der macht offenbar noch mal ein bisschen mehr Schaden als der Roboter von den Von den Klerikern Das ist schon echt heftig Muss ich doch irgendwie klein kriegen, das scheiß Ding, ey Keine Munition mehr Na toll Ah, das ärgert mich jetzt, dass da kein, äh Blitzschaden mehr drauf ist Warte mal Kann man was gucken Nö, leuchtet nicht mehr Verdammt Mano Na gut, okay Ähm Warte, 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 warte 57 Ja Das ist natürlich bescheiden, dass das Element weg ist, wenn man es aufwertet Ja, finde ich auch Das finde ich auch ziemlich schade, muss ich sagen Das ist, das finde ich jetzt echt ein bisschen doof Hätte ich nicht gedacht, dass das Element verschwindet dadurch 36 57 150 Da drüben 15 15 15 16 16 16 20 20 21 23 24 23 25 25 26 25 25 27 27 20